Bio-Winter-Raps aus österreichischer Herkunft wird immer mehr nachgefragt. Die Produktion ist eine Herausforderung, jedoch ist Raps eine sehr gute Vorfrucht für Winterweizen. Die Sorte Semi ist eine Liniensorte aus österreichischer Züchtung mit mittlerer Reife. Durch ihren kompakten Wuchs ist sie sehr gut standfest. Das hohe Ertragspotenzial mit einem hohen Ölgehalt in Kombination mit einer sehr geringen Anfälligkeit gegenüber FOMA und Sklerodinia zeichnet die Sorte als optimale Bio-Sorte aus. Ein weiterer Vorteil ist die sehr gute Winterhärte und das sehr hohe Regenerationsvermögen am Ende des Winters. Semi, die Bio-Winter-Raps-Sorte für den Bio-Lampa. Semi, die Bio-Winter-Raps-Sorte für den Bio-Lampa.